Kurz vor Feierabend im härtesten Job Hessens. 150 Meter unter dem Funkhaus und ohne Tageslicht. Die Jungs aus der FFH Comedy-Redaktion. Boris, warte mal kurz. Der Felix Möse hat gerade angerufen. Er braucht noch einen Oscar-Gag. Zwei Musikfilme haben besonders abgeräumt. Ja, da kommt er wieder früh. Hab ich auch gesagt. Ein Musikfilm ist übrigens die Biografie von Queen. Bei meinem Lieblingsinder hängt ja das Schild Egal wie viel Curry du isst, Freddy isst mehr Curry. Wow, der ist ja mal scharf. Ja, finde ich auch. Oder pass mal auf, Dirk. Wir können ja auch die drei besten Musikfilme machen. Auf Platz Nummer drei Pop Gun. Auf Platz Nummer zwei Das Geigen der Lämmer. Und auf Platz Nummer eins Kanon der Barbar. Das ist aber auch schön. Ja, kann man mal bringen. Oder wir machen einen ganz allgemeinen. Der Oscar ist ja 91 Jahre alt. Er ist der einzige 91-Jährige in Hollywood, der keinen Viaka braucht, um drei Stunden durchzuhalten. Ja, 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 ja. Der ist auch stark. Dann nehmen wir den, macht Schluss mit lustig. Genau. Pendlich Feierabend. Im härtesten Job Hessens. Der FFH Comedy-Kenner. Jeden Nachmittag bei Hitradio FFH.